Leute, kurzes, aber wichtiges Update zum Bitcoin-Preis, denn wir nähern uns so langsam der entscheidenden Marke. Schlägt der Hammer zu und wir müssen uns auf eine weitere Korrektur hier in Bitcoin einstellen. Darüber werden wir detailliert im heutigen Video sprechen. Sämtliche wichtigen Preislevel, die du jetzt auf dem Schirm haben musst, als auch die wichtigsten Liquid-Zonen bekommst du hier an die Hand. Darüber hinaus ebenfalls ein wichtiges Thema. Die Inflation in den USA hält sich weiter hartnäckig und auch der Erzeugerpreisindex liegt überhalb der Prognose, was erst einmal zu einer Stärkung des US-Dollars führt. Und last but not least, darf die Börse FTX sämtliche Bestände liquidieren. All das im heutigen Video, falls dir gefällt, würde mich natürlich sehr über eine positive Wertung freuen. Falls du neu hier bist auf der Crypto Wall Street, lass gerne das kostenlose Abo da und profitiere tagtäglich von diesen Analysen und starte jeden Tag bestens vorbereitet mit uns in den Trading Tag. Wir verschwenden keine Zeit, wir legen direkt los. Let's go! Starten wir direkt rein mit Bitcoin in der 1-Stunden-Chart und schauen uns zu Beginn erst einmal an, was seit dem gestrigen Update-Video passiert ist. Klar kommuniziert gestern meine Erwartungshaltung. Ich rechne damit, dass wir kurzfristig steigende Kurse sehen, bis in welche Region maximal 27.000, 27.100 US-Dollar, ehe es hier dann allerspätestens erst einmal zu einer weiteren Korrektur kommen sollte. Wieso, weshalb, warum, haben wir gestern darüber gesprochen. Mit dem letzten Abverkauf hier in Bitcoin haben wir in der Tagesschart eine bullische Divergenz reinbekommen. Kennzeichnet sich dadurch, dass wir hier im Preisschart stetig tiefere Tiefs bilden, zuletzt ein weiteres tieferes Tief gesehen haben und jetzt im RSI hingegen stetig höhere Tiefs gebildet haben. Kennzeichnet eine bullische Divergenz, die erst einmal eine Trendumkehr bedeutet, signalisiert, wir dementsprechend von steigenden Kursen ausgehen müssen. Bis wohin eine sehr, sehr signifikante Marke, der wir uns jetzt nähern und wo ich hier erst einmal damit rechne, dass dann der Hämmer fällt, ist letzten Endes folgende Marke. Die 27.000 US-Dollar respektive 27.100 US-Dollar Marke, da kommt der 200er EMA respektive 50er EMA in der Tagesschart rein, was soweit erst einmal signifikanten Widerstand verkörpern sollte. Das ist das eine. Zum anderen haben wir ebenfalls identifizieren können, okay, mit diesem letzten, sage ich mal, Drop hier in Bitcoin haben wir einen signifikanten WIC zurückgelassen, der in der Regel erst einmal mindestens zu 50% gefüllt wird. Diese 50% Füllung haben wir jetzt nach dem Update-Video gestern gesehen und ebenfalls jetzt kurzfristig die 100% Marke dieses WICs gefüllt. Wir gehen aber weiterhin davon aus, dass der Markt noch ein Stückchen nach oben klettert, denn wir haben natürlich überhalb dieses letzten Hochs auch neue Liquidität liegen. Eine interessante Liquid Marke, schauen wir uns hier in der 12-Stunden-Chart auf Highblock Capital einmal um, wurde eben exakt abgegriffen. Die Liquid Marke bei 26.600 US-Dollar, das war der erste Anlauf dieses Bereiches. Der Markt sticht rein, greift diese Liquid ab und wird kurzzeitig nach unten hingedrückt. Nichtsdestotrotz, in der 12-Stunden-Chart vielleicht noch nicht ganz so gut ersichtlich, haben wir aber weitere Liquidität in diesen oberen Regionen. In der 7-Tages-Chart wird das wunderschön ersichtlich. 26.650 US-Dollar hoch bis 26.800 US-Dollar ist das interessante Liquid Cluster für die Market Maker und ich rechne auch damit, dass wir diese abgreifen. Also exakt diese Liquidierungsrange, die hier eingezeichnet ist, sehr, sehr interessant für die Market Maker abzugreifen und last but not least, das letzte, worüber wir gesprochen haben, ist natürlich das Fair Value Gap, was wir hier reinbekommen. Hochgehend bis knapp 27.000 US-Dollar, schön in Konkurrenz und Harmonie mit diesen beiden EMAs. Und das ist soweit erst einmal mein finales Target hier für Bitcoin kurzfristig, allerspätestens innerhalb dieser Region rechne ich mit dem Rücksetzer. Von den gestrigen als auch heutigen News-Ereignissen blieb Bitcoin erst einmal völlig unbeeindruckt und auch jetzt gerade, Leute, zieht Bitcoin weiter an. Das nächste Target, was wir eben gerade besprochen haben, die Liquidierungsrange, wird gerade abgearbeitet. 26.750 US-Dollar, deswegen lasst uns noch einmal in den aktualisierten Chart hier reinspringen. In diesem Fall wurde die Liquid ganz klar hier abgegriffen und von daher nächstes Target Check plus das letzte Target, wo ich aller, aller spätestens jetzt die Reaktionen sehe, ist 27.000 respektive 27.100 US-Dollar. Hier sollten wir erst einmal einen signifikanten Rücksetzer erleben. Springen wir rüber zu den wichtigen News, in diesem Fall Wirtschaftsdaten, die gestern rausgekommen sind, Inflationszahlen aus den USA. Und hier zeigt sich ganz klar die Hartnäckigkeit. Wir sehen wieder einen Anstieg in der Headline Inflation Rate um nicht nur 0,4%, sogar 0,5%. Und ebenfalls heute im Erzeugerpreisindex sehen wir einen Anstieg um 0,8% auf Jahressicht und damit eine Überschreitung der Prognose um 0,4%. Zurückzuführen ist das Ganze auf die steigenden, wieder steigenden Energiepreise. Vor allen Dingen mal einen Blick auf den Ölpreis sollte hier jeder machen. Der ist aktuell wieder am steigen und wenn die Erzeugerpreise, also die Kosten der produzierenden Unternehmen wieder steigen, dann wollen diese natürlich irgendwo diese Kosten wieder reinholen bzw. umlagern. Und das Ganze passiert, indem man das Ganze an den Verbraucher letzten Endes weitergibt. Dementsprechend rechne ich auch in den kommenden Wochen, Monaten mit einer weiteren hartnäckigen Inflation, was natürlich alles andere als positiv ist für die Federal Reserve Geld- und Zinspolitik. Zwar sehen wir in sechs Tagen ist die Zinsentscheidung so weit, dass 97% aktuell weiterhin davon ausgehen, dass wir in sechs Tagen erst einmal eine Pause einlegen, also keine Zinserhöhung sehen werden. Nichtsdestotrotz, wenn wir auf die weiteren Wahrscheinlichkeiten einmal eingehen, klar kommuniziert der Federal Reserve in Form des Dotplots. Zielrate ist 5,5 bis 5,75% und aktuell liegen wir bei 5,25 bis 5,5%. Dementsprechend sollte noch ein Zinsschritt folgen. Wenn das nicht der Fall ist mit der nächsten Zinserhöhung, schaut euch an die November-, Dezember- oder Januar-Sitzung. Hier gehen aktuell 34,1% aus, respektive 37,6% respektive 33,5%, dass wir noch einmal hier eine Zinserhöhung sehen. Und das könnte natürlich noch einmal ordentlich Druck dann auf die Märkte auslösen. Und last but not least kam gestern die Entscheidung rein seitens des Gerichtes, FTX darf sämtliche Bestände liquidieren, aber auch investieren. Das heißt, ein Teilbestand könnte in Staking gegeben werden, um so ein passives Einkommen zu generieren und mit diesem Einkommen ebenfalls die Schulden der oder von FTX an die Kreditoren wieder auszuschütten. Ganz wichtig, alle diejenigen, die immer noch irgendwie Angst da haben, dass es hier zu einem Marktcrash kommt, schaut euch unbedingt folgendes Video an. Hier habe ich ganz klar aufgeklärt, diese FTX-News und vor allen Dingen in Bezug zu Solana, denn in diesem Fall werden jetzt hier nicht auf einen Schlag die Solana aus- oder abverkauft. Nein, in der Regel wird so etwas auch über ein Over-the-Counter-OTC-Deal stattfinden, also nicht über die Börsen verkauft. Und hier eine wichtige News auch nochmal von Marti Party in diesem Fall. handelt es sich hier um eine Solana-Wallet, die das Anrecht besitzt auf 26,74 Millionen Staked Solana, die erst freigeschaltet werden 2025 bis 2028. Dementsprechend hier auch wenig Verkaufsdruck in Form von Solana. Und diejenigen Solana von FTX und Alameda, die zuvor gehalten wurden und frei verkäuflich waren, 7 Millionen an der Zahl, sind letzten Endes schon zu größten Teilen in einem Pre-Sell an die Solana Foundation verkauft worden. Also Leute, damit sollte der Fahrplan erst einmal wieder glasklar sein. Wir befinden uns jetzt in den Regionen, wo definitiv erst einmal mit einem Rücksetzer zu rechnen ist. Aller, aller spätestens in den Regionen 27.000, 27.100 US-Dollar rechne ich mit dem Hammer und einem Rücksetzer. Falls denn noch irgendwelche Fragen offen sind, schreib sie mir gerne in die Kommentare oder nutz gerne unsere kostenlose Telegram-Gruppe. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Tagtäglich tauschen wir uns da über die wichtigsten Themen aus. Hast eine Community von über 2000 Menschen, kriegst die relevanten Heatmaps da reingepostet etc. Macht durchaus Sinn, diese zu joinen. Und last but not least, ein wichtiger Hinweis noch. Heute ist der letzte Tag unseres Registrierungsevent, wo du bis zu ein Ethereum neben den klassischen Boni noch gewinnen kannst. Link findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Also, als wenn du auf der Suche bist nach einer guten, wichtigen, relevanten Börse. Nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch nach der Meinung von TradingView. Dann findest du das definitiv bei BingX. Und jetzt hoffe ich, dass ich euch mit dem heutigen Video weiterhelfen konnte. Falls es dem so ist, lass gerne ein Like da. Falls du neu hier bist und tagtäglich up-to-date sein möchtest, lass das kostenlose Abo da. Werde Teil dieser geilen Community. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Donnerstag, Leute. Macht das mal gut. Bis dahin. Ciao, ciao.